Heute Abend fangen wir an mit einer neuen Reihe von Vorträgen über das Thema Zufluchtnahme. Es ist nicht ein völlig neuer Anfang, würde ich sagen, weil wir in den letzten Wochen ständig über Elemente, über Figuren aus dem Zufluchtsbaum gesprochen haben. Also das Element Zufluchtnahme war eigentlich schon ständig ein zentrales Thema in den Vorträgen von den letzten Wochen und Monaten. Aber in den kommenden Wochen werden wir damit weitermachen mit einer Reihe von jedenfalls vier, fünf Vorträgen über das Thema Zufluchtnahme selbst. Und heute Abend will ich reden über falsche und wahre Zufluchtnahme. Ich fange an mit einem Zitat aus dem Sutta Nipata. Vortrefflich, Herr Gotama. Vortrefflich, Herr Gotama. Wie, wenn man Ungestürztes aufrichtet, Verdecktes enthüllt, einem Verehrten den Weg weist, in die Finsternis eine Leuchte bringt, damit Sehende die Dinge erkennen können. Ebenso wird vom Herr Gotama in mannigfacher Weise die Lehre verkündet. So nehmen wir denn unsere Zuflucht zu Herr Gotama, zur Lehre und zur Mönchgemeinde. Als Anhänger möge uns der Herr Gotama betrachten. Von heute bis ans Ende unseres Lebens haben wir Zuflucht genommen. Dies ist eine Passage, ein Zitat, das man eigentlich oft in dem Badi-Sutras finden kann. Es beschreibt das Ergebnis von einem Treffen zwischen dem Buddha und einem anderen Menschen oder anderen Menschen. Wir haben ihm vielleicht eine Frage gestellt oder ihm einfach gefragt, sie zu unterrichten. Der Buddha hat gesprochen und für diesen Menschen ist es plötzlich, als ob ein Licht erscheint, als ob die Sonne anfängt zu strahlen in ihren Herzen. Als ob alles völlig klar wird. Als ob sie völlig sehen können, was bisher unklar war, was sie bisher nicht sehen konnten. Und dann gibt es diese Aussage von diesen Menschen. Und nachdem sie eigentlich ihre Erstaunen zum Ausdruck gebracht haben, ihre Erstaunen, was da passiert ist durch diesen Unterricht von Buddha. Nachdem sie das gesagt haben, sagen sie, wir nehmen Zuflucht. Oder ich nehme Zuflucht zum Buddha, zum Dharma, zum Sangha. Oder wie es hier dann formuliert ist in diesem Text, zu Herrn Gotama, zur Lehre und zur Mönchgemeinde. Also, in diesem kurzen Text wird das beschrieben, was das Allerwichtigste ist im ganzen Buddhismus. Und das ist Zufluchtsnahme. Es gibt eigentlich zwei Aspekte von Zufluchtsnahme, die zusammengehen. Das erste Aspekt von Zufluchtsnahme ist ein Sich-Abwenden. Ein Sich-Abwenden vom Weltlichen. Wir sind alle mitten im Weltlichen rein. Wenn wir Zuflucht nehmen, wenden wir uns vom Weltlichen ab. Das ist ein Aspekt. Und traditionell wird das beschrieben als in die Hauslosigkeit gehen. Also, die Person, die Zuflucht nimmt, wird sein normales Leben hinter sich lassen. Die deutsche Übersetzung davon, oder die englische Übersetzung davon, ist eigentlich ein bisschen klarer. Die heißt, going forth. Nach vorne gehen. Auf den Weg gehen. Hat das Element von gehen. Gehen weg vom Weltlichen in die Richtung vom Spirituellen. Es ist auf den Weg gehen. Going forth. Also, man lässt das Weltliche hinter sich. Ein anderes Wort, was da auch damit in Verbindung steht, ist Entsagen. Sachen hinter sich lassen, die das Weltliche repräsentieren. Dann, das andere Aspekt, die andere Seite, ist, dass man auf etwas zugeht. Man lässt das Weltliche hinter sich. Man wendet sich von dem Weltliche ab. Und man wendet sich zu dem Transzendenten. Man wendet sich zu der Realität. Man wendet sich zu dem, was der Buddha tatsächlich repräsentiert. Erleuchtung. Und auch hier ist es vielleicht gut, die englische Übersetzung da zu benutzen. Wir benutzen das Wort Zuflugnahme. In Englern sagt man, going for refuge. Also, hier wieder das Wort going gibt es drin. Also, man geht. Man bleibt nicht stehen, wo man ist. Man geht wirklich in die Richtung von Transzendenten. Man bewegt sich. Also, Zuflugnahme hat diese zwei Aspekte. Sich wegdrehen vom Weltlichen und sich richten auf dem Spirituellen. Aber warum braucht man hier, oder benutzt man hier das Wort Zuflugnahme? Warum könnte man nicht zum Beispiel sagen, dem Buddha folgen, statt Zuflucht zu nehmen zu dem Buddha? Wir benutzen das Wort Zufluchtnahme, weil man, was wir eigentlich versuchen, ist, dass wir versuchen, von einer gefährlichen, bedrohlichen Situation wegzugehen, zu einer sicheren oder einer gesicherten Situation. Und eine Situation, die nicht nur sicher ist, aber die dauerhaft sicher ist. Und diese unsichere Situation, diese gefährliche Situation, die wir versuchen, hinter uns zu lassen, das ist Sangsara. Das ist das Leben mit einem unerleuchteten Bewusstsein. Und was wir versuchen zu erreichen, wo wir versuchen, hinzukommen, diese sichere Situation, das ist Nirvana. Also, das Leben mit einem erleuchteten Bewusstsein. Sangsara ist gekennzeichnet von drei Merkmalen. Das nennt man die drei Lakshanas. Die drei Lakshanas sind Dukkha, Anitya und Anakman. Dukkha bedeutet, dass alles, was wir mit unserem unerleuchteten Bewusstsein erfahren, also alles, was wir als Sangsara erfahren, dass das unbefriedigend ist. Letztendlich unbefriedigend. Das variiert von sehr schmerzhaft sein bis, ja, eigentlich sehr angenehm, aber das Gefühl, dass es doch nicht das ist, was wir wirklich wollen. Der Buddha sagt, sogar die meist angenehmen Empfindungen oder Erfahrungen sind unbefriedigend. Sie werden immer mal wieder aufhören. Sie bleiben nicht. Und sogar in ein großes Genuss oder in etwas sehr Angenehmes kann man spüren, dass es etwas gibt, was nicht stimmt oder was unbefriedigend ist, was uns nicht wirklich in unserem tiefsten Herzen positiv berühren kann. Etwas fehlt da. Was fehlt, ist Nirvana. Das zweite Aspekt, das zweite Merkmal von Sangsara ist Anitya, Vergänglichkeit. Dass alles vergänglich ist. Und das hängt auch mit dem unbefriedigenden Aspekt von Sangsara zusammen. Also es gibt nichts in Sangsara, was bleibt, was dauerhaft ist. Das ist vielleicht leicht vorzustellen für Sachen, die ziemlich schnell verschwinden, ja. Wenn wir vielleicht eine Banane essen, dann können wir verstehen, dass in einer Minute haben wir die Banane noch in unserer Hand, zwei Minuten später ist es weg, ja, es ist vorbei. Das können wir leicht verstehen. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel dieses Meditationshaus, ja, daran zu denken, dass es vielleicht mal völlig verschwunden ist, völlig zusammengebrochen, das ist schon schwieriger. Oder wenn wir daran denken, ein Berg, ja, oder die ganze Erde, oder die Sonne, dass es mal verschwinden wird, ist noch viel schwieriger. Eigentlich je länger Sachen dauern, desto eher haben wir die Neigung zu denken, dass sie ewig dauern. Aber das stimmt nicht. Alles entsteht und vergeht mal. Und was dazu auch gehört, und wo wir es am schwierigsten finden, das anzunehmen, ist unser Haus. Wir werden geboren und wir sterben. Wir bleiben nicht. Wir sind nicht dauerhaft. Wir sind eigentlich eher eine prozessvollständige Änderung. Und das ist, was mit Anitya gemeint ist. Nichts existiert letztendlich. Alles kommt und geht. Alles entsteht und vergeht. Alles ist vergänglich. Dann das dritte Merkmal von Sangsara ist Anatman. Alles, was wir in Sangsara erfahren, ist ohne wirkliche Substanz, ohne wirkliche Essenz. Es ist Anatman. Anatman bedeutet eine Essenz, eine Art von Seele. Das ist ein Begriff aus Hinduismus. Der Buddha sagt, so ein Atman, etwas, was niemals sich ändert, etwas, was immer das Gleiche ist, eine Substanz oder Essenz, so etwas gibt es nicht. Anatman. Auch das gilt für uns, für uns selbst. Wir haben das Gefühl, dass es ein Ich gibt oder eine Seele, etwas, was in uns immer da ist. Das stimmt nicht. Wir sind ein Prozess von Veränderung. Es gibt nichts in uns, was wirklich dauerhaft ist, was wirklich eine Substanz ist. Also, das ist die bedrohliche, die gefährliche Situation, die wir erfahren, Sangsara. Es ist gefährlich, weil es unseren Ego bedroht. Wir wollen gerne glauben, dass wir da sind und ewig da sein werden, aber es ist nicht so. Und in diesem Prozess von Veränderung zu sein, weil man eigentlich das nicht will oder das eigentlich nicht erwartet, ist Merzah, das ist Dukkha, ist unbefriedigend. Also, da versuchen wir rauszukommen. Und wir versuchen dann, an diese andere Seite zu kommen, in Nirvana. Die hat auch drei Merkmale. Das sind andere Merkmale. Also, Dukkha wird ersetzt von, ob wir eine Ahnung haben, Sukkha, stimmt. Und Sukkha bedeutet Glückseligkeit. Also, die letztendliche Befriedigung, die wir nicht in Sangsara finden. Dass es nicht vereinigbar ist mit Dukkha. Also, in Nirvana gibt es diese letztendliche Befriedigung, gibt es dieses letztendliche Glücklichsein. Dann, was könnte das Aspekt in Nirvana sein, was Anitya ersetzt? Sehr einfach. Ja, dauerhaft. Und was würde das? Was ist das Anitya? Was ist das Anitya? Nitya, ja. Also, die A, die muss man weglassen. Dann hat man das Anitya. Ganz einfach. Also, Nitya ist das Dauerhafte. Das ist das Dauerhafte von den Qualitäten, von erleuchtetem Bewusstsein, von Weisheit, von Mitgeschwür, von unbeschränkter Energie. Und dann, hat jemand eine Idee, was das Dritte sein würde? Atman? Falsch. Das Dritte ist... Das Dritte ist... Anatman. Genau das Gleiche. Weil auch in Nirvana gibt es keine Substanz. Auch in Nirvana gibt es keine Essenz. Nichts, was dauerhaft ist. Nichts, was letztendlich bleibt. Aber nur das Unterschied ist, dass es in Nirvana eine große Erleichterung ist, dass es so ist. Weil in Sangsara ist es messhaft. Aber wenn wir die Wirklichkeit vom Standpunkt von Nirvana aus sehen, dann ist es uns völlig egal, dass es kein Atman gibt. Vielleicht wird es helfen, nochmal einige Bilder zu benutzen und zu zeigen, was wir da eigentlich machen wollen, wenn wir von Sangsara zu Nirvana kommen wollen. Das erste Bild, das ich habe, ist von einer sehr wilde, gefährlichen Fluss, wo das Wasser sehr schnell durchfließt und wo es sehr gefährlich ist. Wir sind reingefahren und wir können nicht gut schwimmen. Und wir können jedes Augenblick eigentlich eintrinken. Und was wir versuchen zu finden, ist ein Felsen oder eine kleine Insel, wo wir aus diesem Fluss rauskommen können, wo wir sicher sind. Wir versuchen, Zuflucht zu finden auf dieser Insel. Und diese Insel ist der Dharma. So, die Dharma ist das, was uns aus diesem gefährlichen Fluss rausnimmt und was uns zu Nirvana bringen kann. Ein anderes Bild, was wir aus der Weiße Lotus-Sutra kennen, ist das von Sangsara aus einem brennenden Haus. Das Haus ist ein Feuer. Und wir sind drin und wir sind Kinder und wir spielen. Und wir haben keine Ahnung, was da läuft. Wir haben keine Ahnung, was das Haus brennt. Wir haben Spaß mit unserer kleinen Skillzeuge und denken, dass es uns gut geht. Aber der Buddha steht da draußen und guckt zu und sieht, dass wir in sehr großen Gefahren sind. Und er versucht uns rauszukriegen. Aber wir haben überhaupt keine Interesse an diesem Buddha. Er ist einfach nur beschäftigt mit unserer Skillzeuge. Und in der Weiße Lotus-Sutra geht es dann weiter, dass er tatsächlich Möglichkeiten findet, um uns rauszukriegen. Aber wir werden jetzt nicht darauf eingehen. Aber Sangsara ist wie ein brennendes Haus. Wir sind drin. Wir haben eigentlich keine Ahnung, wie gefährlich die Situation ist für uns. Und dass Nirvana die Sicherheit ist. Und wir spielen weiter mit unserem Spielzeugen. Um diesen Übergang von Sangsara zu Nirvana zu schaffen, brauchen wir drei Hilfsmittel. Das erste, was wir brauchen, ist ein Buddha. Wir brauchen ein Buddha, um uns zu zeigen, was der Weg ist. Der Buddha ist schon da. Er hat schon Erwander erfahren. Er weiß, wie das aussieht. Und er weiß, wie man da hinkommen kann. Und er kann es uns erzählen. Also wir brauchen den Buddha als Lehre. Dann zweitens brauchen wir den Dharma. Wir brauchen die Lehre vom Buddha. Die Lehre vom Buddha sagt uns, erklärt uns genau, wie wir von Sangsara zu Nirvana kommen können. Also wir brauchen diese Lehre, sodass wir selbst diesem Weg folgen können. Es ist nicht möglich, dass der Buddha sagt, okay, heute Mittag um drei Uhr komme ich vorbei, dann nehme ich den mit und gehen wir zusammen nach Nirvana. So geht es nicht. Würde schön sein. Aber wir müssen selbst diesen Weg folgen und selbst durch diesen Prozess von Veränderung gehen. Von Unerleuchtung zu Erleuchtung. Und dafür brauchen wir den Dharma. Und das dritte, was wir brauchen, ist den Sangai. Die spirituelle Gemeinschaft. Wir brauchen andere Menschen, die uns helfen, die uns unterstützen, die uns begleiten, die uns mit Rat beistehen können. Also mit diesen drei Sachen ist es klar, dass es drei Zufluchte gibt. Es gibt Zuflucht zum Buddha, zum Dharma und zum Sangha, was dann zusammengefasst wird mit den drei Kleinodeln. Ein gutes Bild, weil drei Kleinodeln, die sind sehr kostbar. Und die Zufluchtung ist das Kostbarste, was es für einen Buddhist gibt. Buddha, Dharma und Sangha, das ist, was wir brauchen, um zum Nirvana zu kommen. Die drei Kleinodeln. So, was bedeutet Zuflucht zum Buddha zu nehmen? Der Buddha verkörpert das Ideal der Erleuchtung. Das Ideal, das wir selbst erreichen wollen. Also der Buddha ist, weil er es selbst erreicht hat, ist unser Beispiel. Und er ist unsere Lehre. Also Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, dass wir wirklich uns vornehmen, dass wir Erleuchtung erreichen wollen. Das bedeutet nicht notwendig, dass wir völlig verstehen, was Erleuchtung ist, aber dass es in unserem Herz ein großes Bedürfnis gibt, in diese Richtung zu gehen. Dass wir wirklich aus Sangha herauskommen wollen, dass wir wirklich uns angezogen fühlen von dem, was wir vielleicht nur sehr vage vom Nirvana verstehen. Dass wir angezogen werden von der Schönheit, von diesem buddhistischen Ideal von Erleuchtung. Zuflucht zum Buddha bedeutet, dass wir nicht nur, dass wir Zuflucht zum Buddha Shakyamuni nehmen. Was es auch bedeutet, ist, dass wir Zuflucht nehmen zu allen Erleuchteten, die auch nach Shakyamuni gelebt haben. Die Erleuchtung, die Schüler von dem Buddha erlangt haben, ist die gleiche Erleuchtung, wie der Buddha selbst erlangt hat. Und was Erleuchtete Schüler vom Buddha gelehrt haben, hat den gleichen Wert, als was der Buddha gelehrt hat. Deshalb wird in der buddhistischen Schrift kein Unterschied gemacht zwischen etwas, was ganz früh aus der buddhistischen Tradition niedergeschrieben ist oder was später entstanden ist. In der buddhistischen Tradition wird gesagt, das alles ist Buddha-Wort, ist das Wort des Buddha, insoweit es von einem Erleuchteten Geist kommt. Was bedeutet Zufluchtnahme zum Dharma? Zufluchtnahme zum Dharma bedeutet nicht nur, den Dharma zu verstehen, vielleicht sogar zu lesen, das mal zu studieren, das zu verstehen, es bedeutet auch und vor allem, es zu praktizieren. Wirklich durch den Dharma selbst zu versuchen, sich zu entwickeln und in die Richtung von Erleuchtung zu kommen und es mit dem ganzen Herzen zu praktizieren, nichts zurückzuhalten, nicht Dharma zu praktizieren als eine Art von Hobby, was man am Samstag Nachmittag macht, aber wirklich 24 Stunden pro Tag übt man den Dharma. Nicht nur tagsüber, wenn man wach ist, auch in seinen Träumen kann man Dharma üben. Das klingt vielleicht eigenartig, aber das ist jedenfalls meine Erfahrung, dass der Dharma auch in unsere Träume durchwirkt. Also man kann wirklich tatsächlich 24 Stunden pro Tag Dharma üben. Und Studium und Praxis wechseln sich ab. Man praktiziert, man merkt, dass man nicht genug versteht, man studiert, man merkt, dass man tiefer praktizieren kann und man praktiziert weiter. Es wechselt sich ab. Dann, was bedeutet Zufluchtnahme zum Sangha? Zuflucht zu nehmen zu Sangha bedeutet, Vertrauen zu haben in andere Menschen, die weiterentwickelt sind als wir. Und ihre Hilfe und ihre Unterstützung zu akzeptieren, ihre Ermutigung zu akzeptieren. Auch wenn sie uns gegenüber mal kritisch sind. Auch wenn wir oder ein Teil von uns jedenfalls nicht hören will, was sie zu sagen haben. Weil dann offen zu sein und wirklich zu überlegen, was sie uns sagen können. Zuflucht zum Sangha bedeutet auch Freundschaft zu entwickeln mit Leuten, die auch auf dem Weg sind. Gerade wie uns, die auch auf unserer eigenen Ebene sind. Zusammen damit zu praktizieren. Einander gegenseitig zu unterstützen. Also Zufluchtnahme zum Sangha hat sowohl diesen vertikalen Aspekt, dass wir Zuflucht nehmen zu Menschen, die weiterentwickelt sind als wir selbst, als auch ein horizontale Aspekt, dass wir versuchen gemeinsam mit anderen zu praktizieren, die auch auf unserer eigenen Ebene sind. Gut, bisher habe ich eigentlich nur über Zuflucht geredet. Zuflucht zu dem, was uns wirklich vom Sangha zum Nirvana bringen kann. Aber ich will jetzt auch reden über Zufluchten, die wir haben, die wir üben, aber die uns nicht von Sangha nach Levan bringen können. Was man nennt falsche Zufluchten. Zufluchtnahme ist überhaupt keine neue Sache in unserem Leben. Wir haben eigentlich ständig Zuflucht genommen, auch vorwiegend überhaupt noch über Buddhismus gehört haben. Zuflucht nehmen bedeutet, dass man etwas tut oder etwas macht, wovon man erwartet, dass es uns glücklicher machen wird, dass es uns Sicherheit bringen wird, dass es uns heil bringen wird. Und wir denken eigentlich ständig zu wissen, was es ist, dass uns mehr Glück bringen wird, dass uns diese Sicherheit bringen wird. Aber da haben wir eigentlich große Irrtümer. Wir haben da Ansichten, die nicht wirklich überrechnen mit der Wirklichkeit. Und obwohl wir denken, dass bestimmte Sachen uns diese Sicherheit oder Glück bringen werden, merken wir eigentlich immer, dass es nicht so ist. Aber dennoch finden wir es sehr, sehr schwierig, davon zu lernen. Und merken wir, dass wir immer wieder die gleichen Fehler machen, immer wieder die gleiche Hoffnung haben, immer wieder auf der gleichen Art enttäuscht werden und dann Dukkha erfahren. Das ist gerade die Natur von Sangsara. Das ist, was Sangsara ist, immer wieder diese falsche Erwartung zu haben. Nicht zu sehen, dass das, worauf wir unsere Hoffnung gesetzt haben, nicht das bringen kann, was wir erwarten. Wenn man versucht zu analysieren, was uns eigentlich treibt, in diese falsche Richtung, dann merken wir, dass man das unterverteilen kann in acht bestimmte Richtungen, acht bestimmte Triebe. Und die sind formuliert aus die acht weltlichen Winde. Es sind acht Sachen, die uns hin und her blasen, hin und her wehlen. Und die sind auch miteinander verbunden in vier Paaren. Das erste Paar ist Gewinn und Verlust. Also wir werden ständig getrieben von einem Drang Gewinn zu haben und werden getrieben von einem Drang Verlust zu vermeiden. Wir werden getrieben von einem Drang Genuss zu haben und Leid zu vermeiden. Es gibt einen Drang Lob zu kriegen und Kritik zu vermeiden und dann nochmal einen Drang Rum zu haben und Unpopularität zu vermeiden. Wenn man sich das genau anguckt, dann merkt man, dass Zuflucht reinsteckt und ich will sie kurz ein nach ein durchgehen. Also ich fange an mit Gewinn. Was bedeutet das? Zuflucht zu nehmen und zu gewinnen? Es bedeutet, dass wir wirklich glauben, dass wenn wir mehr Geld haben oder mehr Besitztümer, dass es uns besser geht. Wenn wir etwas gewinnen, was wir wertschätzen, dass es uns besser geht. Und das dient für Geld oder Besitztümer, was ausmacht. Materialismus bedeutet, dass wir Zuflucht nehmen und Besitztümer. Es kann auch andere Sachen sein, zum Beispiel Macht. Dass wir denken, wenn ich mehr und mehr Macht habe, wird es mir gut geht. Oder es gilt sogar für Kenntnis. Dass wir denken, wenn ich mehr und mehr Kenntnis habe, nicht im Sinne von Einsicht oder Weisheit, aber nur Fakten sammeln, Kenntnis sammeln, dass Macht nicht glücklich macht, Kenntnis macht nicht glücklich, aber dennoch sind wir in diese Gewohnheit zu versuchen, solche Sachen immer mehr an uns zu ziehen. Also das ist für uns wie eine Zuflucht. Wir nehmen Zuflucht in die Sicherheit, die Geld uns bringt oder die Sicherheit, die Macht uns bringt. Aber es ist nicht wirklich eine Sicherheit, weil es ist nicht dauerhaft. Wir können unsere Welt verlieren, wir können unsere Besitztümer verlieren, oder wir können unsere Macht verlieren, oder unsere Kenntnis. Also diese Sicherheit ist nur Scheinsicherheit und deshalb keine richtige Zuflucht. Denn Gewinn wechselt sich ab mit Verlust. Das was wir haben, was wir schön für uns selbst aufgebaut haben, können wir auch wieder verlieren. Und da nehmen wir auch eine Art falsche Zuflucht, indem wir versuchen diesen Verlust ständig zu vermeiden. Wir versuchen ständig Sicherheit aufzubauen. Wir versuchen alles wertvolle in unserem Leben sicher zu stellen. Die ganze Versicherungspraxie ist sehr sehr groß in unserer westlichen Welt. Und es ist etwas nur von den letzten 100 Jahren vielleicht, ich weiß nicht genau. Aber das ist jedenfalls unsere Neigung, alles sicher zu stellen, wir nichts verlieren wollen. Also wir versuchen unser Geld zu investieren. Wir versuchen unsere Gesitztümer sicher zu stellen mit Digital Versicherungen oder Brand Versicherungen. Wir versuchen unser Einkommen sicher zu stellen, dass wir sicher haben, wir haben einen guten festen Job. Oder unsere Alte machen wir sicher durch eine Pensionsregelung. Unsere sexuellen Partner versuchen wir sicher zu stellen durch ihn zu heiraten. Unsere Familie versuchen wir sicher zu stellen durch eine Lebensversicherung. Unsere Seele versuchen wir noch sicher zu stellen an einen Gott zu glauben. Also wir haben eine ganz große Tendenz immer wieder Sachen sicher zu stellen. Wir haben Angst für diesen Verlust. Aber die Tatsache ist, dass Verlust kommt. Das ist Tansara. Es gibt keine Sicherheiten, es sind nur Scheinsicherheiten, die wir vielleicht eine Weile festhalten können. Aber früher oder später kommt die Enttäuschung. Kommt Dukkha. Es gibt eigentlich nur eine Sicherheit, die es wirklich gibt. Und das ist, dass wir sterben müssen. Das ist die einzige Sicherheit, die ich alle Lebewesen garantieren kann. Dann gehen wir zum zweiten Paar. Genuss und Leid. Wir können zum Genuss Zuflucht nehmen. Viele Menschen leben einfach von einem Genuss zu einem anderen. Und das ist nur eine Brücke, um von einem Genuss zu anderen zu kommen. Es kann grobes Genuss sein, jeden Wochenende zu versuchen, ganz betrunken zu werden, wenn man wieder die ganze Woche durch arbeiten, bis zum nächsten Wochenende kommt. Es kann auch ein verfeinertes Genuss sein. Es kann sein, das Genuss, wirklich alle Konzerte in der Stadt beizuwohnen. Alle Opern im ganzen Ruhegebiet, alle Museen, alle Ausstellungen zu sehen. Auch das ist eine Art von Zuflucht nahm zu Genuss. Es gibt viele andere Arten von Zuflucht nahm zu Genuss. Zuflucht nahm zu unseren drei Mahlzeiten pro Tag und noch alle kleinen leckeren Bissen zwischendurch unsere Schokolade, Zufluchtnahme zu unseren Musikkassetten oder unsere CD-Clayer, unsere Bücher, unsere Kredi über Sachen, die für mich auch Zuflucht nahm sind. Zufluchtnahme zu unserer sexuellen Partner, wo wir wirklich glauben, da werden wir Glück finden. Zufluchtnahme zu tausend kleinen Sachen oder große Sachen pro Tag. Kleine Genüsse, größere Genüsse, wir springen von stehen wird. Aber stimmt nicht. Es sind einfach nur Genüsse, die kommen und gehen. Das Genießen, könnte man sein, ist ein Leben von verfeinerten Egoismus. Es ist eigentlich jemand, sich beschäftigen mit sich selbst. Und es befindet dich nicht. Es ist Dukkha. Es ist eine Art von Deva-Welt. Die Devas sind eigentlich nur in einer Welt von Genuss. Aber was wir sehen im Lebensrat, in der Welt von Devas, es scheint Avalokiteshvara und er spielt auch eine Laut und er spielt die Melodie der Vergänglichkeit. Genuss bleibt nicht. Alles verschwindet wieder. Und Genuss wechselt sich ab mit Leid. Und wenn man nicht darauf vorbereitet ist, dann kommt man von der Deva-Welt in die Hölle rein. Also Leid zu vermeiden kann auch wieder eine Zuflucht sein. Was wir dann versuchen ist zu verdrängen, nicht zu erfahren. Und da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Man kann Zuflucht nehmen zu Drogen, dass man versucht einfach sich selbst nicht zu spüren, seine Emotionen nicht zu spüren. Es kann Alkohol sein, Sex sein, Fernsehen sein. Es gibt auch mehr subtile Formen von Drogen, so wie unsere Fantasie. So, wir haben eine ganze Menge Möglichkeiten zur Verfügung und wirklich zu vermeiden, zu spüren, in den Sinnen unbefähigend sind. Dann komme ich zum dritten Paar, Lob und Kritik. So, Zuflucht nehmen zu Lob, was bedeutet das? Es bedeutet, dass alles, was man macht, nur darauf gerichtet ist, Lob zu kriegen. Dass andere Leute uns gerne mögen, dass andere Leute sagen, hast du gut gemacht, ein Jungen. Es ist zu versuchen, ein guter Mensch zu sein, aber nur gut in dem Sinne, dass andere Leute denken, dass wir es gut gemacht haben. Das Englische sagt, being a good boy. Was man dann wird, ist ein Zweigler oder ein Gehörscher, der korrekte Typ, der Mitlaufer. Man lässt seine eigene Individualität gehen, nur um das zu machen, wodurch man Lob kriegt. Also man kann wirklich nicht mehr sich selbst sein. Man versucht sich nur in einer Weise zu verhalten, wodurch man von anderen Leuten schöne Worte bekommt. Das ist eine Art Bezufluchtnahme, die uns weg von uns selbst führt. Und Lob wechselt sich mit Kritik. Manchmal bekommt man Lob, manchmal Kritik. Und Kritik zu vermeiden, ist auch eine Art Bezufluchtnahme. Was das bedeutet, ist, dass wir durch Selbstbetrug und durch Betrug von anderen versuchen wegzukommen von Kritik. Nicht zu akzeptieren, dass es Leute gibt, die etwas über uns zu sagen haben, was wir unangenehm finden. Wir versuchen zu heucheln, uns zu verbergen hinter Autorität, von uns selbst oder hinter die Autorität von anderen. Das ist eine Art von Arroganz, zu sagen, was sind meine Meinungen. Ich habe kein Bedürfnis, anders andere darüber denken. Ich stecke einfach in mich selbst fest. Also auch hier eine Zufrugnahme, wo wir denken, dass wir Leiden vermeiden können, aber das ist nicht so. Wir bringen uns selbst nur noch mehr Leid. Dann viert Paar, Rum und Unpopularität. Also Rum zu gewinnen ist, ja vielleicht für die meisten von uns wird es nicht so sein, dass wir erwarten können, mal berühmt zu werden. Aber was wir vielleicht doch machen, ist zu 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 Status, zu sagen, das ist meine Position, so bin ich, so will ich gesehen werden. Ich kann Status draußen finden, ich bin Ordensmitglied, ich bin schon zehn Jahre Ordensmitglied, ich bin gut. Der Buddha würde wahrscheinlich denken, zehn Jahre Ordensmitglied, jetzt Zeit, dass du ein bisschen weiter kommst. Also an diesem Status festzuhalten, ist auch wieder eine Art von Selbstbetrug. Es ist Zuflucht zu nehmen zu etwas, was nicht existiert, nur eine Idee. Eine Art von Status Verhalten ist auch Karriere zu machen, in dem Sinne, nicht, dass man wirklich seine Möglichkeiten, seine Fähigkeiten zu vollen Entwicklungen bringen will, aber dass man nur versuchen wird, höher zu kommen, mehr Status zu haben. Das ist auch eine falsche Zuflucht, das bringt uns nirgendwo. Und auch hier herum wechselt sich nicht Unpopularität, manchmal steht man ganz hoch und manchmal fällt man ganz tief. Und was man versucht, um das zu vermeiden, ist, dass man sich wieder versucht, mit der Gruppe zu verbinden, sich ein Gruppenverhalt anlässt, sodass man wieder von der Gruppe akzeptiert wird. Also auch da ein Verlust von Individualität. Man wird nur ein Gruppensmitglied. Also durch diese weltliche Winde können wir vielleicht einen Eindruck bekommen, was unsere verschiedenen falschen Zufluchten sind. Und wahrscheinlich haben wir alle etwas erkannt, die kenn ich schon. Also diese Zufluchten sind uns nicht etwas Fremdes. Wir wissen, dass sie da sind, aber wir wollen es eigentlich nicht wissen und deshalb bleiben sie zum größten Tag unbewusst. Und wir bleiben erwarten, dass sie uns Glück geben, dass sie uns Sicherheit geben, wo es nicht in der Art von der Sache ist, dass es uns geben kann. Es ist nicht, dass die Bedingungen vielleicht nicht stimmen, nein, es ist nicht in der Art von der Sache, dass es uns Sicherheit bringen kann. Also falsche Zufluchten, die entstehen aus Unwissenheit, aus Verblendung. Wir wollen einfach nicht sehen, dass diese Sachen uns nicht das bringen kann, was wir wollen. Und wahre Zufluchten, die entstehen aus Vertrauen, aus Vertrauen in den Buddha, Dharma und Sangha, aus Shraddha. Ich werde jetzt abschließen mit, indem ich noch etwas sage über die Zentralität von Zufluchten Namen. In den Pali Sutras, so wie ich das am Anfang vorgelesen habe, aus der Sutta Nipata, ist es klar, dass Schüler des Buddha zu werden, bedeutet, Zufluch zu nehmen, zu dem Buddha, zu dem Dharma, zu dem Sangha. Und diese Zufluchten ist traditionell formuliert aus Buddha, Saranang, Gajami, Dhamma, Saranang, Gajami, Sangha, Saranang, Gajami. Ich nehme Zuflucht zum Buddha, Dharma und Sangha, so wie wir das täglich oder wöchentlich rezitieren. Und das macht man dann dreimal. Dutjampi, zum zweiten Mal nehme Zuflucht, Tachampi, zum dritten Mal nehme Zuflucht. Aber es gibt in so eine traditionelle Formulierung und Rezitierung gibt es eine Gefahr. Und das ist, dass man es macht, ohne dabei nachzudenken, was es bedeutet. Und das ist etwas, was über die Jahrhunderte mehr und mehr passiert ist. Mehr und mehr Buddhisten haben die Zufluchten rezitiert, ohne dabei sich bewusst zu machen, was es bedeutet. und die Folge davon ist, dass die Zufluchtnamen über die Jahrhunderte allmählich ihre Bedeutung verloren haben. Dass man sie Buddhisten nennen kann, wenn man Zufluchten rezitiert, ohne dass man Zuflucht nimmt. Es ist nur eine Formulierung in unserem Kopf, die wir zitieren, die wir zusammen singen, aber wir praktizieren nicht. Das ist, was über die Jahrhunderte teilweise im Buddhismus passiert ist. Die Zufluchten sind zu einer Tote Formulierung geworden. Und die Wichtigkeit von tatsächlich Zufluchtnamen ist weniger und weniger verstanden geworden, ist mehr und mehr verloren gegangen. Aber Zufluchtnahme ist letztendlich die Neuorientierung von all unserer psychologischen, emotionalen, spirituellen Energien in Richtung von einem Ideal, das unser Weiterleben völlig stimmen wird. Und nicht nur unser Weiterleben, aber auch Leben in der Zukunft. Das ist, was es bedeutet, wirklich Buddhist zu sein. Dass man sich ganz richtet auf das Erlangen von Erleuchtung. Dass sich in diese Richtung stellt. Und deshalb ist Zufluchtnahme das zentrale Prinzip im Buddhismus. Wenn wir wirklich Buddhist sein wollen, wenn wir Dharma praktizieren wollen, dann müssen wir Zuflucht nehmen. müssen wir das ganze Selbst hinter diese Absicht stellen, erleuchtung zu erlangen, durch die Lehre des Buddha. Und Sangarachita hat das eingesehen, dass Zufluchtnahme das Zentrale ist im Buddhismus. Und dass es auch das Zentrale ist, das alle buddhistische Schulen über die ganze Welt vereinigt. Und er hat deshalb Zufluchtnahme als wichtigster Schritt in unserer spirituelle Entwicklung dargestellt. Was das auch bedeutet, ist, dass wenn wir hier im Zentrum den Zufluchten recitieren, dass es gut ist, wenn wir auch da versuchen zu verstehen, was machen wir eigentlich. Dass wir es uns klar machen, dass es nicht nur schön klingt, aber dass es bedeutet, dass wir uns selbst hinter diesem idealen Erleuchtung standen, dass wir bereit sind, den Dharma zu folgen, und nicht nur ein bisschen, aber bis dem ganzen Ende, was bedeutet, dass nichts von uns aus diesem Prozess von Transformation rausgelassen wird. Wenn ich mal Erleuchtung erlangen werde, wird das bedeuten, dass alles in mir transformiert ist, dass es nichts mehr geht, so wie es jetzt geht. Ich werde völlig verändert sein. Das bedeutet, dass letztendlich sich auch diesen Weg zu begeben, zur Erleuchtung, auch Soweit geht es. Aber nur wenn wir das verstehen, können wir ausreichend Zuflucht nehmen, um auch Erleuchtung zu erreichen.